Hi! Guck mal, es ist unser geiler Vicky-Becher. Den hat sie letztens gekeckt. Oh ja, voll geil. Da konnte ich die Gäste helfen. Ja, und wir haben so der mit dem Arsch abgelacht. Echt so. Wegen dem Zahnfelsbecher, ja, mit der schlaue Wissen. Guck, der ist Vicky so. Hammer, gell? Echt geil, gell? Wir machen heute die Nacht durch und wir schauen... Keine Ahnung, was? Naruto? Ja, ja genau. Ja, und... Guck mal den Becher da weg. Ja, und... Ja, ich wollte euch sagen, wie oft ihr denn immer die Nacht durch macht, weil wir haben jetzt Ferien und es waren schon voll fest drauf. Ferien, 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 Ferien. Und nächste Woche gehe ich nach Österreich und wie geht's? Ah, vier Wochen. Vier Wochen, ja, wolltest du? Nach Hollywood? Ja. Und sie wählt mir was mit. Ja. Ich war nicht so derbe. Also, bis bald. Ich erzähle uns von euren Geschichten aus der Serie. Also, tschau. Tschau. Tschau.